Ja, guten Morgen liebe YouTube-Freunde, Samstagmorgen. Ich bin hier für Zeit Osthalb 8, bei meinen Kühen auf der Weide. Der Muni ist hier aktiv. Der hat schon so plötzlich eingeklemmt. Ja, da meine Lieblingskuh, die Rosalie. Die ist wohl stierig. Ich weiss nicht, wie man das sagt auf Hochdeutsch. Jetzt Achtung! Ja, ich habe da das Glück, dass ich da in der Weide ein paar schön grosse Bäume habe. Da können sie im Sommer immer in den Schatten stehen. Das ist Gold wert, wenn die Kühe immer draußen sind. Ja, der Muni jagt da. Jagt da Rosalie. Aber die will noch nicht. Ja, ich habe den Palsch noch nie so aktiv gesehen, den Muni. Meistens passiert das, man sieht das nicht, man merkt nichts davon und die Kühe tragen. Okay. Okay. Okay.